Was war der Stein des Anstoßes? Diese Frage beschäftigt momentan viele Einwohner von Plauen. Am Wochenende gab es in einer Diskothek der Stadt eine heftige Schlägerei. Es heißt, Asylbewerber wären einfach aufgetaucht und hätten einen handfesten Streit vom Zaun gebrochen. Nun muss geklärt werden, was wirklich passiert ist. Spuren einer Auseinandersetzung vom Wochenende. Vor der Diskothek N1 im Plauener Stadtzentrum hatte es eine Massenschlägerei gegeben. Die Türsteher sprechen von einem Mob, der sie mit Pflastersteinen und Baseballschlägern angegriffen habe. Dann kommen wir uns eigentlich vor wie bei einer Steinigung. Es wurden Flaschen geworfen, Steine geworfen, Felsen geworfen. Es wurde sogar ein Fahrradstander geworfen, um die Türe, die aus Sicherheitsglas war, zu Fall zu bringen. Es sollen 25 Asylbewerber gewesen sein, die sich gewaltsam Zutritt verschaffen wollten. Auch sie wollen unerkannt bleiben. Die Security hat die Asylbewerber zuerst angegriffen. Wir gehen jedes Wochenende dahin und werden rausgeschmissen. Die sagen, nein, Ausländer dürfen hier nicht rein. Auch Rache soll eine Rolle spielen. Denn Ende September war ein Asylbewerber nach dem Besuch eines Plauener Kulturzentrums auf dem Heimweg von vier Männern verprügelt worden. Für den Geschädigten waren die Angreifer unbekannte. Und logischerweise früh um drei ist es dort dunkel gewesen. Also sind seine Beschreibungen dieser unbekannten Täter sehr vage. Und auch vor der Massenschlägerei am Freitag soll es Zoff im Plauener Stadtzentrum gegeben haben. Im Moment ist ein Zusammenhang auf jeden Fall für uns gegeben, da mindestens eine Person vom Nachmittag, was die Asylbewerber betrifft, auch am Abend mit in die Sache involviert war. Da die Asylbewerber nicht das Gespräch gesucht, sondern mit Gewalt reagiert haben, ermittelt die Polizei nun wegen Landfriedensbruch. Untertitelung des ZDF für funk, 2017